Also warum hängt... Vielleicht mal an der Stelle hängt das Nerv. Okay. Ich glaub, du musst nämlich dann langsam abbremsen. Also halt der Schrecken drück mal. Dann ein zweites Mal und dann nämlich springen. Nein, den Angriffsknopf. Das zweite Mal und dann springen. Wenn du während du fällst. Hawain. Ich glaub, wir sind aus dem Grund. Mal sehen, warte. Glaube ich. Das war jetzt schon mal voll verkackt. Oh, hör'n um auf. Alter, mit solchen nächsten Spielen sie ja grausam. Mal sehen. Wir sind aus dem Grund. Es könnte werden, es könnte werden. Ja, super, warte. So, warte. So, hi. Hi. Also, auf jeden Fall ist das machbar, dass wenn halt so Willi machst und dann, er hätte nämlich an seiner Kasse nicht springen und ich glaube, wie dann der Luft Gas geben. Deswegen, also irgendwie musst du das packen. Das sieht in deiner Macht. Du hättest irgendwie, du denkst, brennst irgendwie nach hinten. Sicherst du Dash drückst? Ja, das macht er automatisch. Ja, versuch' mal danach. Durch's dann anders, Knopf. Ja. Ich hab' noch nicht geistig verhindert. Das zweite Mal und dann halt nach kurzer Zeit später wieder B drücken. Versuch's mal. Ist mir schon klar. Ja, ich versuch' mir zu helfen. Boah, warum ist das so lecky? Es kümmert mich nicht. Okay, das war jetzt schon mal du. Okay, das war gerade ein Knopf. Ja, akzeptiert auch wieder die Krämpfe, die ich drücke. Boah, ich spain die Sprungtaste von mir aus, das ist mir gleichgültig. Jetzt erst Dash von da und dann... BAM 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 BAM. Warte, du raffst das nicht, wenn ich die Sprungtaste drücke. Drückst du erst zweimal Dash und dann? Ja. Alter, ich raff das nicht. Ja, genau das, aber da musst du sofort wie ein Dashen. Hab' ich so. Ja, aber natürlich mit Schalter offen dann. Das ist mir klar. Den schaffst du. Ja sicher. Den schaffst du. Das kann dann mal so ein paar hundert Parts dauern. Nein. Ja super. Oh. So mit der Verzögerung mehr Steuerung optimal hinzukriegen. Ich glaub an dich. Piu. Oh. Kann ich sagen. Ja. Na das war jetzt aber. Oh. Ja genau. Jetzt schaff ich. Oh. Ach könnte ich doch mit dem Partner spielen. Hau ein. Hau ein. Bobby okay malNA. Und mit dem bösen Sorge. Hau ein. Na super. Ah joh� Lupusier du bist. Ich wär ktoś mal kurz allein. UMPa. Ja. Alter. belongings. agrelelelele data so. Ali oder so. Sekunde. Oh der absoluten Spuren gar nicht. Boah er geht. Hau. Ja super. Ja der. Der macht sich fett deswegen. Huoh. Alter, ohne Quatsch. Boah, total hat so das leckt, ey. Huuuuh! Huuu! Nein! Boah, du fettes Stück. Marshmallow, ey. Wuuuuh! Boah, ich hab gar nicht scheiße auf den Leck. Hallo, stopp! Aber vielleicht, wenn du den Schalter aktivierst und ich schon ein bisschen mehr da vorne bist. Ja, ich kann mich ja nicht zu dir teleportieren. Das ist richtig. Ja. Ah, du kannst den Schatz holen! Ich könnte, wenn wir nicht so weit auseinander sind. Nein, dann gehen wir uns jetzt schon nach vorn, stell ich mal schon nach unten. Glaubst du, du schaffst das? Nö. Three, two, one, go! Ah, du schaffst das! Yo, wenn ich das mit den Knöpfen nicht verkacken würde. Ey, ich stelle das hier so so ver- Upsa. Gib einfach mal einen Zacken, ey. Waaaaaah! Oh, du schaffst das! Ja, du schaffst nur mit Countdown. Okay. Three, two, one. Was ist das denn los? Ich versuch das mit dem, äh, Delay einzubringen. Eins, zwei, drei, vier! Oh, das ist so kack und ich hab hier einen totalen Todeslag. Oh, das ist so kack und ich hab hier einen totalen Todeslag. Wir sollten froh sein, dass es überhaupt kann. So, warte hier. Stell ich mal noch ein Stück bei da vorne. So, noch ein Stück, noch ein Stück. So weit wie es geht. Da gibt es mir ein bisschen mehr Zeit nicht ganz. Three, two, one, go! Oh, komm! Oh, komm schon, da bist du also. Mann! Runter von mir. Notgeiler Bock. Upsa! Das war gut. Nein! Nein! Halt an, du bist doch! Nein! Nein! Ah, three, two, one, go! Oh, ja, ja, ja! Ach, da! Oh, stopp! Alle Kräuter sind... Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, Gott! Okay, gib du mal den Ding da! den nötigen Saft! Ja, super! Ja, wo fährst du denn? Zwei, eins, los! Komm, 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 komm! Nein! Was hältst du an? Körpi! Das kommt drauf, wenn mein Knöpfe weggebeide stammt. Nein! Es wär so gut gewesen. Stell ich mal noch weiter hin, so weit wie du kannst. Upsa, ey. Okay. Three, two, one, go! Ja, super! Ja! Yeah! Am besten hätten sie den Teleportierknopf gedrückt. Warte, jetzt hätte ich noch mal zum Stern degradiert. Ja! So, geh hin! Gehen! Verbra! So, warte, warte! Zu nah! Ja! Three, two, one, go! Na super! Du sollst noch an-tacklen! Geh wieder hin! Oh, Mann! Der fahrt bestimmt so dermaßen lang. Three, two, one, go! So! Ja! Hast du den auch gedrückt? Ich hoffe es! Nein, tu es nicht! Ich kann mich ja schlecht sehen! Ich hör das Klickgeräusch nicht, deswegen! Ah! Es ist wieder normal! So, warte! Ich bleib stehen! Ich hör da allgemein kein Klickgeräusch, wenn ich ehrlich bin! Noch ein Stück! Noch ein Stück! Ja, okay! Eintritt weiter und du bist dran! Warte! Three, two, one, go! Kirby! Spring doch! Und jetzt leckt's wieder! Oh! Was tut mir nicht alles für ein Schatz! Noch ein Stück! Noch ein Stück! Noch ein Stück! Three, two, one, go! Wieder nicht! Spring doch, du dummer Stück! Kaugummi! Ja, ich weiß, das Deutsch war perfekt! Leck mich! Kirby nervt mich! Er macht nicht das, was ich will! Geh, aktivieren den Scheiter, Bengel! Ich bin ein Reifen! Okay! Three, two, one! Boah! Ich kann mir die sehen! Three, two, one, go! Wieder nicht! Ja, das machte sich wieder fett! Dieser damn-fick-Aim mit dem Kackleck! Ich weiß, ob ihr wie viel annimmt oder nicht! Boah! Alter, es ist mir egal! Der Partner eine halbe Stunde lang wird es ist mir so egal! So, siehst du dich halbwegs? Nein, oder? Okay! Three, two, one, go! Geh da vorne! Einfach nur nach vorne gehen! Nicht anschwungen! Einfach nur dann nach vorne rollern! Das ist mir schon klar, was mein Gott! Weiter! So, ein Stück näher! Noch ein Stück! Ne, ich weiß weiter! Okay! Für übrigens nur zu deiner Erklärung! Ich drücke einmal den, äh, Knopf, wo die rechte Freitas drauf ist! Oh, okay! Okay! Hat einfach gedrückt dann! Und dann hier bin ich ganz so blöd! Three, two, one, go! Komm, 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 komm! Nein! Kack, Herr! Er erklärt er hier die Steuerung, ja, mit meinem Runterfallen noch abbremsen, um dann wieder zu, äh, beschleunigen und was weiß ich für physikalische Experten, ja! Und er donnert immer voll gegen die Wand! Three, two, one, go! Es ist nervig! Willst du es versuchen? Ne, das hat ja, äh, recht wenig Erfolgsswert! So, nochmal! Three, two, one, go! Spring doch, du Hoden-Mistbock! Ja, ich habe ihn beleidigt, es ist mir egal! Nervig! Er soll gefällig springen! Meine Fresse! Mit Todesleck und... Okay, warte! Three, two, one, go! Ja, mach dich wieder fett, du! Bastard! So! So, Sekunde! Three, two, one, go! Na super! Nützt nichts! Der braucht viel zu lang! Können wir das nur fett! Marcel, der konnte ganz docker einfach fahren, einen kurzen Sprung machen und das war's! Ich checke es nicht, warum wir das nicht können! Das bringt's! Ja, ich wohne nicht! Mann! So eine Mistkacke! Die konnte ja auch einfach beide zusammen fahren! Komm wieder her! Du schaffst das! Wir machen das jetzt zusammen! Einzelne nützt es nicht! Warte! Juh! Ich schau uns, warte!